Wichtige Schritte, die bei einer Versorgung von pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause anstehen. Ein geliebter Mensch wird plötzlich oder bedingt durch sein Alter pflegebedürftig. In dieser Kategorie klären wir Sie über Möglichkeiten und Hilfen auf, die es für Pflege zu Hause gibt. Laut Statistik pflegen rund 15 bis 20 Prozent der Arbeitnehmer einen Angehörigen oder sind durch ein pflegebedürftiges Familienmitglied betroffen. Unter anderem bietet die Pflegeversicherung diese verschiedenen Hilfen und Leistungen an. Pflegegeld, Pflegesachleistung, Entlastungsbetrag, Pflegehilfsmittel, Zuschüsse für Wohnungsumbauten, Behinderungspflege. Um Leistungen zu erhalten, müssen auch hier die Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Personen festgestellt werden und der Pflegegrad ermittelt werden durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung, MDK, oder einem unabhängigen Gutachter. Pflege- und Krankenkassen bieten außerdem kostenlose Hilfe zur Selbsthilfe in Form von Pflegekursen und Beratung an. Laut Gesetz hat häusliche Pflege Vorrang vor einer Versorgung in einer stationären Pflegeanrichtung. Die Pflege zu Hause lässt sich in folgende Kategorien unterteilen. Ambulante Pflegedienste, Pflegekräfte und Haushaltshilfe, Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Außerklinische Intensivpflege für Schwerstkranke und Reha. Die Tages- und Nachtpflege wird von ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen durchgeführt. Diese Betreuung ist täglich oder an einzelnen Tagen in einer ambulanten Betreuung möglich. Die Kurzzeitpflege, Pflegegrade 2 bis 5, wird häufig nach einem Aufenthalt im Krankenhaus genutzt. Aber auch bei einer erforderlichen intensiven Pflege für eine gewisse Krisenzeit ist die Kurzzeitpflege eine Möglichkeit. Die Verhinderungspflege kann von Pflegenden bei einem eigenen Krankenhausaufenthalt oder Urlaub genutzt werden. Zahlreiche Institutionen bieten für die Entlastung von Pflegenden zahlreiche Unterstützungen an. Diese erfolgt in Form von Beratungsgesprächen, Seminaren und Informationen zum Erhalt der eigenen Gesundheit. Zudem sind die Pflegekassen verpflichtet, Pflegeberatung und Schulungskurse anzubieten. Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, sich von der Arbeit freistellen zu lassen. Dafür melden Sie Pflegezeit oder Familienpflegezeit bei Ihrem Arbeitgeber an. Dazu erhalten Sie hier weiterführende Informationen und ein Unterstützer-NDES-Formular.